So, herzlich willkommen zum zweiten Teil. Ich hoffe... Warte, ich bin gleich da. Ich hoffe, es hat euch der erste Teil erstmal gefallen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und... Ähm, ja. Also, jetzt soll mir 0 Uhr 21 da sein. Das ist das Vertrieb. Das hier, der Verwindungskunnel zu 8. Und... Ja, also... Gut. Wir haben freie Fahrt. Das ist so 400 Güter. Und... Der nächste Bahnhof ist Südstern. Also... Das ist der nächste Bahnhof ist Südstern. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja, weil ich viel zu schnell da gefahren bin. Warte, ich lege gleich die Minuten fest. Ähm... So, also, wir haben 16. Und... In 5 Minuten... Müssen wir Möckernbrücke sein. Also, das schaffen wir. Wahrscheinlich. Also, die Abfahrt vom... Also, die Abfahrt vom... Hermannplatz... Also, vom Südstern jetzt ist 0.16. Und... Jetzt... Gehen wir mal... Jetzt ist... Neisenau Straße. Also, nur noch... Zwei Stationen. So, nur noch zwei Stationen. Und dann ist... Das... Dann ist das abgeschlossen. Und... Also... Ja... Dann ist halt zwei... Ab... Also, dann ist das Video halt abgeschlossen. Ja, also... Also, bei Kurven jetzt... Ja, weil hier ist auch schon der Bahnsteig 0.6. Also, da ist gleich auf die 0.6. Also, also, ich... Noch zwei Minuten. In zwei Minuten muss ich, ähm... In Möckernbrücke sein. Ja, das schaffe ich locker. Aber vielleicht kann ich auch eine Minute zu früh kommen. Das kann auch sein. Also, also, ja. Aber, ja, ich hoffe... Das gefällt euch, aber gut. Also... Dann ist, ähm... Teil... Ganz Teil, ähm... Zwei... Abgeschlossen... Noch eine Minute... Und dann... Und dann ist das halt zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich halte auch ein, wie viel... Wie viel... Wie viel ich am... Also, wie viel Let's Play ich hochlade. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Abo und Like sehr freuen. Tschüß! Tschüß! Vielen Dank.